Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem YouTube-Kanal. Diesmal wieder was anderes, ein kleines Unboxing-Video von der BlizzCon. Ich habe von der BlizzCon die beiden Goodiebacks besorgt. Mittlerweile gibt es nicht mehr die Standard-Goodiebacks, sondern es gibt zwei Statuen von World of Warcraft. Einmal ein Org und einmal ein Menschenssoldaten. Wird wohl eine kleine Serie werden, was es an Statuen mittlerweile dann gibt von der BlizzCon. Jedes Jahr werden da wohl neue dazukommen, zumindest laut meinen Informationen. Ich habe jetzt hier mal die ersten beiden, die werden wir heute mal zusammen auspacken. So, das ist jetzt die erste Verpackung, die ich habe, ist letztendlich der Menschenkrieger drin. Den werden wir uns jetzt einmal anschauen. Ich werde ihn einmal rausholen aus der Packung. Beim Org ist es prinzipiell das gleiche, das habt ihr ja bereits gesehen. Verpackung ist gleich, deswegen packe ich nur den einen aus. So, holen wir ihn einmal raus. Bei Blizzard ist das Ganze immer sehr, sehr gut verpackt. So, einmal hier. BlizzCon 2019 ist von der 25 Jahre Jubiläumsversion. Und es wird wohl mehrere von diesen Statuen wenigstens geben. Allerdings sind das auf jeden Fall die ersten beiden, die man sich kaufen konnte. Mittlerweile allerdings ausverkauft, obwohl die BlizzCon im Moment eigentlich noch läuft. Aber man bekommt sie wirklich nur noch dort im Moment und kann sie nicht mehr vorbestellen. Ich habe sie mir vorgestellt und herliefern lassen. Kam auch tatsächlich einen Tag vor der BlizzCon sogar an bei mir. So, ich hole sie jetzt einmal raus. Sie sind sehr, sehr gut verpackt. Deswegen werde ich nochmal einen kleinen Schnitt auf jeden Fall setzen. Ja, Verpackung von Blizzard immer optimal. Allerdings ist es dauert ewig das Zeug rauszuholen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, das sind jetzt beide Figuren ausgepackt. Letztendlich einmal den Org, einmal den Menschenkrieger, was wir hier haben. Ich muss sagen, die Figuren, es wirkt ein bisschen archbillig, das Plastik diesmal. Figurenpreis, pro Figur waren es 45 Euro plus den Versand jeweils. Es wurde auch beides komischerweise nicht in einer Packung geliefert, wo ich beide gleichzeitig bestellt hatte, sondern es wurden einzeln geliefert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso. Ja, ich habe mir für 45 Euro tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Es ist dieses Spielzeug Plastik. Ich werde nochmal kurz was reinschneiden von Ragnaros aus der 15 Jahre World of Warcraft Rectors Edition, die es gab. Da habe ich auch ein Video dazu aufgenommen, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da ist die Qualität von Plastik tatsächlich viel, viel hochwertiger. Das ist mehr so eine Art Figurenplastik, Gipsplastik. Das hier ist tatsächlich mehr so magisch Spielzeug, ist aber ganz okay. Also für 45 Euro ein bisschen besser wäre drin gewesen, glaube ich. Da haben sie sich nicht ganz so viel Mühe gegeben, aber prinzipiell sehr, sehr coole Figuren. Relativ detailliert auch das Ganze, wirkt aber halt so ein bisschen nach Spielzeug. Und ja, ich würde es eigentlich mehr als Sammlerobjekt haben. Dafür wirkt es ehrlich gesagt ein bisschen als Fehlernplatze. Aber sonst ganz okay soweit. Ich hoffe, dass die anderen Figuren vielleicht ein bisschen besser werden, ein bisschen hochwertiger werden. Es wird ja noch einiges kommen, soweit ich weiß. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal für dieses kleine Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Wenn dem so ist, lasst mir ein Gefällt mir da. Schaut mal gerne bei meinen anderen kleinen Vlogs vorbei. Und ja, vielen herzlichen Dank. Richtig ist die Tage. Macht's gut.